Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Sega Genesis für Nintendo Switch Online. Heute geht es weiter mit Altered Beast. Rette in diesem Beat Em Up die Göttin Athene, indem du in jedem Level magische Kugeln sammelst, um dich in mächtige Wehrbestien zu verwandeln und deine monströsen Gegner auszuschalten. Oh yeah! Okay, schauen wir rein. Was ist ein geiles Intro? Oh shit, auch noch Scrolling. Bam! Unschöne blutig. Dreht der um? Oh, der dreht nicht um. Okay. What? Der schlägt mich. Du kommst ja nicht, ne? Gibt mir Energie. Das gibt's ja nicht. Ähm. Oh, bin ich stark geworden. Ohohohoh. Geht mal schön weiter. Schön, ja. Ich sterbe gerne. Der Kopf passt überhaupt gar nicht optisch zu dem Rest, ne? So, komm runter. Oh yeah, jetzt bin ich eine Bestie. Haha. Ja, ich speede hier so durch. Welcome to your doom. Ich kann man den nicht ran. What the fuck? Was bist du? Nein. Sekunde. Den lasse ich nicht auf mir sitzen. Das war doof von mir. Wer ist denn der Boss? Immer schön drauf da. Und immer schön ausweichen, ja. Ach, Mist. Das gibt's nicht. Yes. Hab dich. Also es ist halt mehr so ein ich sag jetzt mal N4, ach, N4, T64 Look als, äh, wirklich Sega, oder? Also qualitativ ist das jetzt nicht gerade sehr hochwertig, ne? Ist doch ein Spiel, was ich jetzt gar nicht so irgendwie kenne, oder irgendwas. Ach gut, da kann ich eigentlich auch treten. Aber klar, dass du da wieder kommst. Nein, 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 nein welcome to your doom also der typ ist echt ja what nein 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 ich muss runter oh das gibt es nicht, da komm ich nicht raus worden, dass ich mich treffe Das gibt's nicht. Ja, mhm. Komm auf die Lücke. Oh, shit. Der geht aber jetzt böse nach oben. Ich hab hier keine Energieanzeige, kein gar nix. Hätte ich hier normal besiegt, der hätte hier immer springen müssen, oder? Oh, äh, äh, äh. Hm. Oh, ich muss hier erstmal eher zu groß werden. Ach, guck, den geht los. Alter. Ich glaub nicht, dass es so gedacht ist, oder? Ja, nein, 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 ausreichend. Damit verlangsame ich diejenigen. Scheinbar, offensichtlich. Ich mag diese ganzen Augen nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die kaputt kriegen würde, den Typen. Aber ich glaub, das Zierkriegen auch als Schaden, wenn ich die Augen zerstöre. Also immer schön die Augen geklappt machen. Nein. Okay, zum Glück kann ich spulen, aber ansonsten müsste ich sagen, wie langweilig ist der Voskampf ever. Weil ich weiß echt nicht, ob ich das richtig gemacht habe, oder nicht. Das sieht halt so aus, als ob ich mich auch gleichzeitig treffe. Ich weiß nicht, ob das jetzt passiert, oder nicht. Aber ich hab gefühlt irgendwie so, sie werden immer schneller, die da rauskommen. Ich bin die ganze Zeit immer am Drücken. Immer am Drücken, immer am Drücken, immer am Drücken. Ich versuche jetzt mal hier heranzugehen. Ne, dumme Idee. Was, was muss ich denn hier machen? Er verzweifelt ja am zweiten Boss. Jetzt stellt euch mal vor, man könnte hier nicht zurückspulen. Klar, damals hatten Spiele ihren Schwierigkeitspartner, aber... Er hätte die ganze Zeit auf ihn eingeballert und er hätte nix machen können. Das gibt's ja nicht. Ich weiß jetzt echt nicht. Ach, da ist der Licht. Weil das Auge bei ihm leuchtet halt auch immer. Na, das hat nix gebracht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich verzweifel mich gerade an so einem scheiß zweiten Boss. Ich dachte, mich auch nicht erwischen lassen. Das geht ja K.O. Das geht nicht. Da war noch einer. Den hatte ich nicht gesehen. Ah, brrrr. Nein. Ja, jetzt mal hier Turbo. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das sind zwei Stück zu viel da. Das ist zu viel. Der hat explodiert. Nein. Okay. Also Leute, ihr seht, das Spiel ist sowas von spannend und sowas von unfair. Ich versuche jetzt mal näher anzufliegen. Boah, ich hab's geschafft. Ich glaube wirklich, man muss da erst die ganzen Augen besiegen oder dann irgendwann... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn einer von euch das Spiel kennt, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da ehrlich gesagt ganz neugierig, was da eure Erfahrungen mit dem Spiel sind. Ähm, was sind das für Ameisen? Power up. Power up. Okay, ich muss da hoch hüpfen. Ah. Nein, noch eins zurück. Das geht's nicht. Ihr wollt mich verarschen, ne? Wie soll ich das denn machen? So. Oh, es ist ein Bier. Welcome to your Doom. Welcome to your Doom. Okay, wie muss ich den jetzt treffen? Okay. Der feinert seine Farbe. Das gibt's nicht. Oh, ich hab's geschafft. Ich muss ja auch eine zweite einmal spüren, aber ist in Ordnung, ich hab's geschafft. Rob clear. Bonus. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Spiel ist es nicht. Wenn's euer Spiel ist, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht, äh, freut ihr euch ja auch auf das Spiel. Also ich sage, danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohaut rein. Tschö, tschö. Doh, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.